Ja, es ist soweit, die Übung ist vorbei, es gibt keinen Grund mehr den Bart ranzulassen, jetzt ist er weiß, jetzt ist er rot, jetzt ist er schwarz und jetzt ist er weg, der Bart. Fährstufe 1, Bart, zumindest die langen Zauseln sind jetzt einmal abgeschnitten und jetzt geht es an die zweite Runde. Jetzt werden wir aus dem mittlerweile kurz geschnittenen oder kürzer geschnittenen Bart einen noch kürzer geschnittenen Bart. So, die da zum Brüchen kommt, die hat jetzt zwei Jahre lang kein Sonnenlicht gesehen, die wird sich sicher freuen, wenn sie in den nächsten Tagen irgendwann einmal hinauskommt, noch ein bisschen Farbe aufnehmen kann. Der zweite große Schritt ist getan, den dritten Schritt werde ich jetzt den Backen wieder freilegen. Okay, mir ist vielleicht dann ganz hundertprozentig symmetrisch, aber zumindest einmal wieder ein Stück weg, der dritten Schritt kommt, der dritten Teil unter dem Punkt dran. Sehr interessant, sehr spannend, jetzt die Seitenteile nicht zu lassen. Tja, was soll ich sagen, unglaublich, so habe ich mein Gesicht noch nie gesehen. Immerhin, es sind knapp 38 Kilo her seit dem letzten Foto, das ich vorher gezeigt habe, da hat sie doch einiges gehen. Eindruckend. Jetzt geht's weiter mit dem Kilo. Na bitte, weil da auch ganz passend sollen, Schnauzebad. Jetzt ist der Schnauzebad dran. Tja, das hätte ich mir jetzt so nicht erwartet, finde ich aber durchwegs interessant. Ich schrieb, ich schuze, ich schuze, ich schraube, ich schraube, ich schraube. Ja, das war mein Partner am Jahr 2017-2019. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin etwas überrascht von dem Menschen, der darunter zum Forschung gekommen ist, also zumindest von dem Bild dieses Menschen, weil die Menschen selber das ja auch nicht kennen. Zugleich blende ich nochmal beide wieder nebeneinander ein und es tut mir leid, dass ich die Erwartungen an den Barbershop enthalten konnte, aber wie ihr seht, es geht.